Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von Microsoft Flight. Ich habe es von Steamy geholt als Free-to-Play, also jeder kann es sich herunterladen und es ist kostenlos. Joa, drücken Sie den BWG-Taster. Äh, pfff, äh, deutliches Programm werden Informationen über Computer-Hardware und die Arbeit hat so eine Präzisilfe, äh, nicht ein Programm. Okay. So, wir machen einfach mal spielen. Trainingsflug haben wir schon absolut, ich habe es schon ein bisschen angetestet und, ja, ich würde einfach sagen Hawaii. Äh. So, dann mach ich einfach mal so, ne. Logisch. So, ich habe es schon ein bisschen angetestet und es sieht sehr interessant aus, die Landschaften sind sehr schön gemacht. Nur das Fliegen ist komisch, weil, ähm, wenn man die Maus hochschiebt, dann gehen wir normal runter, aber hier ist so gemacht, dass man auch hochgeht, wenn man die Maus hochschiebt. Das ist komisch gemacht, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Aber sonst ist es nice gemacht, wo kann man nichts sagen. Wie gesagt, es ist free to play. Habe ich mir über das Team ohne, äh, geladen. Und, bis jetzt bin ich ziemlich in Ordnung damit. Dauert auch nicht sehr lang beim Laden. Hier stehen immer noch so Tipps und so. Kann man sich auch gerne durchlesen. Mach ich jetzt mal nicht. So. Unsere Maschinchen. Sie haben die Grundlagen pflegt gemeistert. Danke. Ich habe eine besondere Übung für Sie. Ihre erste Wasserlandung und eine Feier. Och, nö. Ich muss zu einer Hochzeit von Freunden. Sie findet in der Bucht auf einer Yacht statt. Sie sind schon losgesegelt, deshalb komme ich nur mit der Icon hin. Das ist diese Maschine. Sehen Sie sich im Cockpit um. Überschaubar, was? Passt wie ein Auto. Äh, ne. Sehen Sie sich mit der rechten Haushal halten und ziehen. Oh. Zentrieren Sie Ihre Ansicht. Ziehen Sie indem Sie rück... Was ist ein Rück? Achso. Wenn Sie bereit sind, geben Sie einfach Gas um zu starten. Äh, F4 Vollgas. Sehen Sie zum Abheben die Nase hoch. Naja. Komm. Das war einfach. Wir fliegen. Ach nee. Passt jetzt das Fahrwerk ein. Steigen Sie auf 500 Fuß. Oh. Kommt sie mal hoch. Hören Sie den Piepton, das heißt Strömungsabgriff. Also runter um schneller zu werden. Ist aber 5 Uhr mit Fuß hoch, also. Oh gut. Antriebe auf 5500 Umdrehungen oder etwa 90% und halten Sie diese Höhe. Drehen Sie jetzt auf Kurs 340 ab. Drehen Sie jetzt auf Kurs 340 ab. Drehen Sie unsere Kursänderung auf der Anzeige oben auf dem Bildschirm, so wie auf dem GPS im Cockpit. Okay. Gut so. Wir sind auf dem Kurs. Kurs heiten. Dann sagt der dass er an der Küste die 18. Okay, sehen wir. So, Gashebel 100%, Treibstoff 100%. Oha. Äh. Ich will aber nicht. Mit der Versorgersicht sehen Sie den Flugblick der Maschine. In der Vorbeiflugansicht fliegt Ihre Maschine vorbei. Die Vogelperspektive hilft, auf einem Flughafen klarzukommen. So, genug herumgeschaut. Ihr müsst uns zur Jacht. Ach ja. Aktivieren Sie, um Zeit zu sparen, den Zug-Waypoint-Springbefehl. Wie geht das denn? Er bringt uns direkt zur Jacht. Diesen Befehl finden Sie in den meisten Einsätzen und Ticken. Oh, haben wir gemacht. Ende gedrückt. Ich habe nichts gemacht. Hoch! Ja. So, ein bisschen tiefer. Ziehen wir ein bisschen hoch. So. Das war ein bisschen zu tief. Ich glaube, tief genug sind wir, ne? So. Vorsicht. Super. Sie haben uns gesehen. Fliegen Sie nach Norden von der Jacht weg. Wir brauchen die Platz, uns zu landen. Ja, ja. Ja. Weh. Sie sind nicht weiter. Nett. Pssst. Das ist weit genug, gelesen zu jachten. Okay, jetzt einfach gleich mit schinken und für die Landung auf 6 0 Knoten abdrempfen. Antriebe auf 2.5% oder 2.500 und drehen müssen Sie mit dem Höhenroder Ihrer Geschwindigkeit an. Ziehen Sie den Geisthebel im Sinkflug zurück, um nicht zu schnell zu werden. Durch anheben der Lande werden Sie langsamer und durch Ablenken schneller. Wie viel für 25% war das, ne? Landen Sie etwa 100 Fuß vom Schiff entfernt. Nicht so klar, sonst drachen wir es noch. Hier sollten ein Landen langsamer als 6 0 Knoten sein. Antriebe auf der Lauf, damit das Flugzeug auf dem Wasser aufsetzt. Tja, das war etwas hart, aber gut gelandet. Lippt uns zur ersten Wasserlandung. Ich bringe uns in der Höhe, damit wir auf die Jacht kommen und müssen zu werden. Danke, dass Sie mich zu Hause angebracht haben. Kokosnussbär, Auszeichnung. So, Einsatz. 800 möglich, aktuell haben wir 800. Fahrer, eigenfahren, 100, 100, das haben wir alles. Plus 1600 EP. Annehmen. Wunderschön. Das war gerade mal so ein Einsteiger. Wollte ich mal was sagen? Gehen wir einfach mal weiter. Goldrausch. Ach nö, ne, sieht zu schwer aus. Uh, ja. Sie müssen sich bei Games for Windows Live anmelden. Naja, aber doch. Din, 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 din. Achso, anmelden. Ich glaube, das mache ich offscreen. Dann machen wir zurück und gucken mal, Aktivitäten, Einsätze, Herausforderungen. Aber was für eine Jagd? Scheiße, das habe ich auch mal geklickt. Achso. Ne, komm. Kommt uns gerade an den Marktplatz. Ja, Games for Windows Live. Hangar. Hammer einer. Ah, okay, das ist unsere Live. Wenn wir die haben. Luxus. Siebenhundertprozent. Okay. Pilotenprofil. Dit sind wir. Hm, ich glaube, wir sind der da. Kann sogar Multiplayer spielen. Was haben wir hier? Hawaii. Ne, Parkour wollen wir nicht. Lande-Ausforderung kann man machen. So, machen wir das noch in der Folge. So, und dann könnt ihr in euren Kommentar, also in meinen Kommentar schreiben, wie ihr so das Spiel gefunden habt. Und ich bin mal sehr spannend, wie ihr so dazu denkt. Oh, oh, oh. So, Landmama. So, gehen wir schon mal mit dem Speed runter. So, runter, runter, runter. Und. Ah ja, ausfahren, ne? Ja. 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 Boah, seh ich wieviel Knoten. Ah, 20 Knoten, ach da, seh ich doch. 25, 24, 23, 22, 21. Yeah. Da haben wir das auch noch geschafft. Uh, ne, da haben wir nicht so toll. Aber immerhin, annehmen. Jo, da gibt's auch noch Koalare, Maui, Lanai, Molokai, Ohau und Kanaui und Ni Hau. Keine Ahnung, welchen Gebiet wir sind. Hm. Na ja, das soll's erst mal gewesen sein. Und. Ich hoffe mal, ihr habt Spaß gehabt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Microsoft Flight mit mir. Bis dann. Und einen schönen Tag noch. Tschüss. Und dann sehen wir uns demnächst. Und dann sehen wir uns demnächst. Und dann sehen wir uns demnächst.